udo engelhardt er doktor udo engelhardt wird jetzt hier gleich einen vortrag machen der udo des klimafolgenforscher kommen doch schon hier zu mir grüß dich moin udo erst mal auch noch wieder ein danke an felix der auch gleich hier reinkommt über felix haben wir dich kennengelernt von answar 2030 du bist klimafolgenforscher wir haben das eingangs besprochen du warst in australien du warst auf den riffen dort kann man sehr gut sehen was passiert wenn das wenn die temperatur steigt insofern freue ich mich jetzt dass du uns hier ein bisschen wach rüttels auf rüttels ist das ein ernstes thema insofern wünsche ich uns trotzdem alle viel aufmerksamkeit und fokus für heute und dann lasse ich hier die bühne für dich vielen dank auch ein mädchen und die organisatoren hiervon ich finde das genial danke für die einladung und ich freue mich sehr dass ich hier den ersten aufschlag heute machen darf und den möchte ich gerne dafür nutzen etwas zu tun was leider viel zu selten passiert in torgrunden oder auch bei veranstaltungen wo es um klimaschutz geht nämlich das mal erst mal jemanden dass wir alle auf den gemeinsamen nenner sozusagen kommen gerade bei so einem hochdynamischen thema wie wie klimawandel oder klimakrise in der wir aktuell sind geht es darum dass wir wirklich in der realität unterwegs sind denn sonst sind die diskussionen die wir vielleicht hinterher führen an der realität vorbei wenn wir einfach nicht wissen wo wir gerade stehen also dieser dieser vortrag sozusagen ein faktencheck vorab den ich heute machen möchte wir sind tatsächlich in der dekade der entscheidung die 2020er jahre sind für uns alles entscheidend und den beweis dafür den möchte ich heute anbringen die mord eben gerade schon erwähnt ich bin eigentlich korallenröp ökologe meeres meeresforscher bin aber vor jetzt 24 jahren durch einen tragischen zufall sozusagen die klimafolgenforschung reingekommen ich habe nämlich auf den sechellen die riffe absterben sehen vor meinen augen da waren wassertemperaturen von 34 grad über mehrere wochen und die korallenriffe sind innerhalb von dieser zeit quasi abgestorben und in einen unterwasser graveyard umgewandelt worden wenn man sowas gesehen hat das macht schon was mit einem und seitdem bin ich in der klimafolgenforschung unterwegs wir wissen alle was dafür verantwortlich ist nämlich menschengemachter klimawandel und es sind die klimaschädlichen gase die wir emittieren das co2 kennen natürlich unser hauptproblem werden aber auch andere quellen die schädlich sind wie zum beispiel auch das methan der entscheidende unterschied zwischen diesen verschiedenen gasen ist die lebensdauer sozusagen dieser gase das co2 hier in der grafik auf der linken seite 100 bis 200 jahre ist das klimaschädlich aktiv in der atmosphäre wenn es einmal da ist das heißt alles was wir auch heute noch emittieren oder in der zukunft emittieren werden das wird uns noch mehrere hundert jahre beschäftigen und schädlich unterwegs sein beim methan ist etwas anders ist deutlich kurzlebiger nämlich nur ungefähr neun jahre aber in der zeit in der atmosphäre ist es wesentlich schädlicher nämlich über 30 mal so schädlich wie co2 die temperaturentwicklung die das verursacht hat die sehen wir hier wunderbar dargestellt der etwas kleinere graf auf der linken seite die darstellung der letzten ungefähr 1000 jahre ist bemerkenswert wir sehen nämlich dass auf der erde eigentlich ein natürlicher trend zur abkühlung stattgefunden hat in letzter zeit wir bewegen uns auf einer ellipse um die sonne herum und wir sind gerade dabei uns tendenziell von der sonne weiter zu entfernen das heißt eigentlich wird die einstrahlung tendenziell etwas weniger und wir waren auf einem weg sozusagen in die nächste eiszeit eine kleine eiszeit die fällt jetzt aus wir wissen schon dass wir das schon über kompensiert haben und wir sind heute aktuell bei einer erwärmung von plus 1,2 grad weltweit im durchschnitt schon angekommen durchschnittswerte die verschleiern sozusagen die realität ein bisschen hier sind ein paar zahlen aus dem letzten jahr 2021 und für mich die bemerkenswerteste zahl ist oben links zu sehen dass die temperatur die in kanada gemessen wurde in dem kleinen ort litten das in der nähe von vancouver das ist geografisch dieselbe breite wie frankfurt jetzt haben also tatsächlich temperaturen an die 50 grad schon in diesen breiten graden möglich und für mich das wichtige in dieser grafik ist dieser kleine begriff links in dem globus drin la niña das jahr 2021 war ein la niña jahr la niña ist ein phänomen im pazifischen ozean wo eigentlich relativ kühles wasser an die oberfläche kommt und für globale abkühlung sorgt das heißt all diese rekordtemperaturen die wir 2021 hatten sind in einem relativ kühlen jahr passiert relativ el nino ist das gegenteil davon dann haben wir warmes oberflächenwasser im pazifik und wenn das passiert dann kriegen wir noch mal höhere temperaturen das heißt für mich steht jetzt fest denn der nächste el nino der vielleicht in ein oder zwei jahren auftritt wird dafür sorgen dass auch in unseren breitengraden tatsächlich die 50 grad marke überschreiten überschritten werden kann das ist heute schon möglich wir müssen jetzt mal auf die arktis schauen weil das ist für uns eine ganz ganz wichtige sphäre in der arktis wird unser wetter sozusagen aktuell gemacht wenn man solche aufnahmen sieht wie hier das schmelzwasser auf einem grönländischen fjord wo die die schlittenhunde durch knöcheltiefes wasser müssen die schmelzrate in der arktis ist phänomenal weil die arktis nämlich drei bis vier mal so schnell sich erwärmt wie der rest der welt im durchschnitt diese kleinen kreise auf der linken seite der mittelpunkt ist jeweils der nordpol wir schauen also aus dem weltall auf den nordpol und sie sehen die unteren reihen wo es immer röter wird das sind temperaturanomalien von drei vier fünf grad über dem was es sein soll im durchschnitt also in der arktis geht es richtig zur sache das seeeis schmilzt und auch die gletscher in der arktis schmelzen in einer art und weise die wir so noch nicht gesehen haben jetzt mag der eine oder andere sagen ja schwindendes eis was warum ist ein problem für uns ganz einfach stellen sich vor auf der nordhalb kugel die neigt sich richtung sonne im sommer deswegen 24 stunden tageslicht und eigentlich funktioniert das eis als spiegel der die wärmeenergie der sonne zurück reflektiert ins weltall wenn das eis jetzt aber weniger wird und auch dünner wird das tiefblaue wasser unten drunter kommt immer mehr zum vorschein und wir nehmen diese wärme jetzt teilweise auf anstatt sie zu reflektieren das heißt wir haben in der arktis ein riesen probleme das eis verschwindet weil wir weitere erwärmung dadurch erzeugen was heute schon passiert hat mit dem jet stream zu tun das fehlende eis in der arktis sorgt dafür dass die tiefdruckgebiete diese dieser kalten fläche formen nicht mehr so stabil sind und wir kriegen jetzt eine situation wo der jet stream ein höhenwindband auf ungefähr zehn kilometer höhe nicht mehr kreisförmig um den pol kreist und dadurch warme und kalte luft voneinander getrennt hält nein es gibt jetzt diese einbuchtung sieht man auf der rechten seite sehr gut und da passiert ist dass wir einen austausch teilweise sehen zwischen warmer und kalter luft die kalte luft kommt runter bis nach europa fast bis an die arabischen länder teilweise und die warme luft hochrichtung nordpol das ist absolut keine normale situation und wir haben das schon gesehen auch in deutschland unser rekord hitzesommer 2018 war genauso was sie können sich erinnern hitzedome im juli drei jahre drei wochen hatten wir überhaupt keine keine winde quasi jeder tag über 30 grad kein regen und wir hatten dieses festhängende system und genau das entsteht durch das mangelnde eis in der arktis und wenn wir diese systeme hoch und tiefdruckgebiete haben dass sie sich gegenseitig blockieren über den ganzen globus verteilt das ist die sogenannte welle 7 formation die blockieren sich sie kommen nicht von der stelle wir kriegen hitzedome und jetzt stellen sich vor die situation wir haben ein hitzedom über europa ein über nordamerika ein über zentral asien gleichzeitig das sind unsere getreide kann man das sind die getreide kann man der welt die dafür sorgen dass wir unsere nahrungsgrundlage haben und in kanada das beispiel was ich erwähnte da kanada nordamerika letztes jahr die haben ernteausfälle bei getreide von um die 60 prozent gehabt dank eines dreiwöchigen hitzedoms was auch passiert in der arktis ist nicht nur eisschmelze sondern auch die schmelze des permafrost dass dieser permanent gefrorene obere boden in der arktis der wird auch mittlerweile so durchlässig dass wasser und sauerstoff reindringen kann und es löst sich langsam auf und auf dem foto links sehen sie aus kanada ein beispiel im jahr 2017 da ist der tiefschwarze kohlenstoff direkt unter dieser obere bodenschicht dadurch dass jetzt luft und wasser rankommen setzen verweisungsprozesse ein und wir kriegen jetzt tatsächlich methan und co2 entwickeln durch diese verweisungsprozesse das war so nicht geplant man hat eigentlich damit gerechnet dass es 2070 so seit weit sein wird dass wir diese art von schmelze haben es war aber schon 2017 der fall und wie dramatisch es auch in sibirien geht das sieht man auf der rechten seite das neuer begriff den haben sie vielleicht noch nicht gehört sogenannte pingos das sind quasi methan blasen die sich unter der erde form die die erde aufwölben und mit einem blitz einschlag kommt dann tut es einen riesen schlag es explodiert und wir haben diese krater zurück dieses phänomen wurde 2014 zum ersten mal festgestellt und im letzten jahr 2021 hatten wir mehr als 7000 dieser krater also die erde bäumt sich auf und das methan darunter wird in gewaltigen mengen losgelassen und sie wissen ja dass das wesentlich schädlicher ist jetzt das letzte element von den schlechten nachrichten was alles passiert der golfstrom schwächt sich ab der golfstrom ist unsere karibische wärmepumpe bringt uns das warme wasser aus der karibik richtung europa und sorgt dafür dass wir auf diesen hohen breitengraden relativ moderates klima haben dummerweise schwächt er sieht es aber merklich ab und das geschieht hauptsächlich dadurch dass in grönland das eis schied wieder abschmelzt und eine süßwasserlinse ins wasser rein schickt die den golfstrom auch teilweise ablenkt oder zurückdrängt wir haben jetzt die ersten indikationen dass vielleicht in den nächsten jahrzehnten vielleicht schon in 10 20 30 jahren zu einem komplett erliegen des golfstroms kommen kann dadurch und was das bedeuten würde für unser wetter in mitteleuropa das möchte man sich lieber nicht vorstellen der kontinentale einfluss aus russland würde dominanter werden wir würden auch von trockenen sommern in relativ trockene winter teilweise überschwappen und die temperaturspanne würde sich noch mal merklich ausdehnen von extrem heiß zu extrem kalt im winter also ein klimaregime mit dem die meisten ökosysteme nicht so recht kommen würden die linke seite listet noch mal auf diese beispiellichen gerade aufgezählt habe all das sind beispiele für sogenannte klimatische kipp punkte das sind punkte wenn wir die überschreiten sorgen sie dafür dass selbst verstärkende mechanismen eintreten die die klimaerwärmung noch mal weiter und schneller vorantreiben und zwar dann in einem maße das unabhängig ist von den emissionen die wir raushauen das heißt wir verlieren kontrolle über das klimasystem beim überschreiten der kipp punkte und die wissenschaft ist sich ziemlich sicher dass diese punkte alle zwischen ungefähr 1,5 und 2 grad erwärmung liegen wir sind heute schon bei 1,2 das heißt wir kommen sehr sehr nah ran an diese sache das dumme ist diese kipp punkte agieren nicht in isolation die können sich sogar gegenseitig verstärken und ein beispiel ist hier rechts illustriert wenn in grönland das eisschmilz und die meeresströmung in atlantik davon verändert wird wird auch der der regenwald im amazonas betroffen sein der weniger feuchtigkeit bekommt das sind kettenreaktionen die durchs ganze system durchgehen können die grafik links außen zeigt ihnen wo wir aktuell sind das ist eine veröffentlichung direkt vor dem vor cop 26 in glasgow der klimakonferenz zeigt uns wo wir momentan stehen im klimaschutz wir bewegen uns in richtung 2,4 2,7 grad erwärmung also deutlich über den kipp punkten das ist das was da jetzt ansteht das nennen wir in der wissenschaft das große flickern komplexe systeme habe immer sie geben anzeichen bevor sie komplett kollabieren und diese ereignisse die wir sehen die ich gerade beschrieben habe sind alles beispiele für ein flickern im system die einen nahen kollaps andeuten das ist eine wirklich faszinierende grafik die wir alle im kopf haben sollten quasi was es bedeutet zeigt die temperaturentwicklung der erde über die letzten 60 millionen jahre wir kommen aus einer zeit ist der gelbe balken ziemlich immer im rechten teil relativ stabilen klimas die letzten 10 12.000 jahre sehr sehr stabil wir haben angefangen landwirtschaft zu betreiben wir sind sesshaft geworden das war ein stabiles klima und das ist unsere null achse sozusagen wir sind jetzt dabei das zu verlassen diese zone und in richtung 2345 grad zu gehen das gab es auf der erde schon mal wenn sie diese fünf grad marke mal rüber ziehen zurück in die vergangenheit dann sehen sie wir hatten das schon mal vor 30 40 millionen jahren ähnliche temperaturbereiche und wenn wir uns die fossilen anschauen die auf land aus dieser periode kommen das sind maximal tier einer größe einer katze oder einer kleinen ratte das ist nicht machbar für größere lebewesen auf diesem planeten dann zu existieren die ökosysteme geben das nicht her das heißt wir können es uns absolut nicht leisten in diese temperaturbereiche abzustürzen das wäre im wahrsten sinne des wortes fatal die linie homogenes die unsere gattung existiert schon seit 300 400.000 jahren mit unseren vorfahren immer gab es geschlossene eisdecken am nordpol und am südpol das ist der der faktor der es uns möglich gemacht hat überhaupt in eine relativ stabile klima phase reinzukommen der ipcc der unweltklimarat hat im september letzten jahres seinen sechsten sachstandsbericht rausgebracht und diese überschrift die alarmstufe rot und letzte warnung an die menschheit das ist nicht meine überschrift das ist die überschrift aus dem ipcc bericht das sind die top wissenschaftler der welt in klimaforschung schon lange unterwegs sind und die geben uns diese nachricht das ist die letzte warnung es wird sich nicht mehr lohnen darüber zu reden in sieben acht neun jahren wenn wir nichts tun zwischendrin nichts massiv verändern und dieser bericht ist es so handliche 4000 seiten ungefähr die möchte ich immer kurz zusammenfassen was da die hauptelemente daraus sind also physikalische grundlage der klimakrise unverhandelbar einfach das was beschrieben wird an natürlichen gesetzmäßigkeiten und wir kennen die physik der atmosphäre sehr sehr gut wir können uns da wirklich darauf verlassen was für uns wichtig ist ist der faktor zeit und welche risiken wir auf dem weg zum klima stabilisieren bereit sind einzugehen interessanterweise dass es wie gesagt der reine physische aspekt jetzt im februar und im märz kommen teil zwei und teil drei des unweltklimarat berichtes raus bitte da auch wieder unbedingt reinschauen das wird sehr wichtig für uns was viele nicht verstehen ist dass es geht nur noch darum das klima aktuell zu stabilisieren und zwar auf einem leider sehr hohen temperaturniveau zu stabilisieren diese grafik zeigt unser best case scenario der untere teil eine stabilisierung bei ungefähr 1,5 grad gerade bei die an dieser eintrittspforte in die klimatischen kipppunkte wenn wir nichts tun wir nicht wirklich gegensteuern dann gehen wir halt deutlich drüber in richtung 34 grad und das war es dann einfach so knallhart muss man das ausdrücken der ipcc hat ganz klar gesagt dass diese 1,5 grad marke auch bei aktuellen trends basierend schon 2030 erreicht werden wird es ist höchstwahrscheinlich dass wir das erreichen und wahrscheinlich auch zumindest leicht überschreiten werden es ist wirklich alarmstufe rot und die nächsten sechs sieben jahre sind alles entscheidend für uns wir sind noch mal sicherer mit diesen prognosen weil wir eine wahre daten tsunami über die letzten jahre bekommen haben gerade in der in der sozialen forschung jetzt 20 jahre wahnsinn was wir neuen daten bekommen wir sind sehr sehr sicher über diese zusammenhänge wichtig für uns sind die szenarien die emissionsszenarien die der ipcc berechnet hat da wir die verhältnisse kennen von klimaschädlichen gasen atmosphäre und temperaturentwicklung können wir szenarien durchspielen man hat fünf verschiedene wenn dann pfade durchgerechnet hier und ich zeige Ihnen mal die ergebnisse aus dem ipcc bericht fünf szenarien die beiden blauen auf der linken seite das ist wenn wir wirklich klimaschutz betreiben wenn wir aktiv gegensteuern das maximale tun ist das 1,9 da außen vor rechts aktuell liegen wir allerdings mit dem was wir tun aktuell zwischen 4,5 und 7 dieses szenario in der mitte und das sind alle szenarien wenn sich jeweils den balken den auf der linken seite in diesen farbzonen anschauen das geht immer deutlich über die zwei oder über die drei grad hinaus das heißt wir gehen über die kipp punkte hinaus wir verlieren jegliche kontrolle das heißt die drei szenarien auf der rechten seite das sind game over szenarien wo wir dann nicht mehr gegensteuern können und einfach nur zuschauen können wie das system um uns herum unsere lebensgrundlage quasi zerfällt nur die beiden linken sind für uns eine zukunftsoption und um das jetzt besser zu verstehen was das bedeuten was das auch für die politik bedeutet wie wie sie agieren sollte hat der ipc sieht schon 2015 angefangen ein neues konzept zu entwickeln nämlich eine sogenannten kohlenstoff haushalts wir alle kennen einen finanzhaushalt wir wissen das ja einkommen ausgaben sind zinsen die wir zahlen auf kredite und so weiter das sind alles absolute zahlen das können wir perfekt kontrollieren bei den kohlenstoff haushalten ist etwas anders wir wissen was wir rein tun in die atmosphäre wir sind aber nicht ganz so sicher was wieder rausgenommen wird über die natürlichen senken und das sind die ozeane das sind die für die wälder allen alle ökosysteme der welt nehmen co2 auch wieder raus das heißt unser balance sheet im kohlenstoff haushalt ist nicht ganz so einfach zu steuern und auch nicht so klart da bleibt also ein risiko dass wir das nicht hinbekommen und was risikoeinschätzung angeht stellen sich vor sie haben sich entschieden mal wieder zu fliegen sie wollen mal nach mallorca und sie haben so ein billig ticket ergattert für 15 euro kommt zum flughafen und da steht dieser vertrauenserweckende flieger da sie gehen die gangway hoch und oben werden sie begrüßen sagen ja heute der der captain sagt wir haben eine 50 prozentige chance dass dieser flug ankommt was machen sie steigen sie ein oder gehen sie schnurstracks wieder die gangway runter jeder weiß selber was er da tun würde uns wird auch gerade abverlangt eine entscheidung zu machen welches risiko wir bereit sind unsere lebensgrundlage unsere systeme zu erhalten oder halt den bach runter gehen zu lassen und das wird ausgedrückt in dieser tabelle wieder aus dem ipcc bericht die ist ganz leicht zu verstehen 1,5 links außen dass dieses eintrittstor sozusagen für den klimapunkten da sollten wir versuchen zu stabilisieren wenn wir die zeile rüber gehen und gucken bei 83 prozent sicherheit dann steht eine zahl von 300 darunter das sind 300 gigatonnen co2 die wir dann noch emittieren dürften um mit 83 prozentiger sicherheit maximal bis 1,5 grad zu gehen mehr ist nicht drin es gibt keine höhere sicherheit mehr als 83 prozent und jetzt wird es noch mal entscheidend oben drüber die ersten beiden zeilen rot unterstrichen da steht dass dieser kalkulation basierend ist aufgrund der werte zu anfang des jahres 2020 wir haben schon zwei jahre davon weg 20 und 21 sind weg und rechts unten in der box steht dass die unsicherheit in dieser risiko berechnung ungefähr im bereich von 220 gigatonnen liegt je nachdem was die ökosysteme uns liefern das heißt 300 gigatonnen minus zwei jahre sind wir schon mal 80 80 gigatonnen weniger da sind wir bei 220 und wenn die ökosysteme der weltweite geschwächt werden dann sind wir schon jetzt im bereich von quasi null emissionen die noch möglich sind um bei 1,5 grad zu stabilisieren so weit ist das fortgeschritten wichtig ist auch dass wir verstehen wenn wir diese blauen ziele da die beiden die für uns eine zukunft bedeuten halten wollen dann müssen wir dafür sorgen dass die ökosysteme der welt für uns emissionen rausnehmen als natürliche senken weiter funktionieren und zwar jeweils ungefähr einem drittel auf land und auf den ozean wir schwächen aber die ökosysteme ständig weiter und als beispiel hier die waldbrände in australien 2019 und 20 sich mal die zahlen da an was da an emissionen rauskam an co2 über diese brände das wäre das sechs größte land der welt gewesen in dem jahr um was den beitritt oder im beitrag an co2 leisten würde jedes mal wenn wälder verbrennen wenn irgendwie die die moore wieder abgebaggert werden und so weiter geht diese rechnung die balance wird wieder zu ungunsten weiter verschoben wir müssen unbedingt umwelt und naturschutz zusammendenken mit klimaschutz wenn wir uns nur auf eins davon konzentrieren das wird nicht reichen wir hatten dieses jahr in letztes jahr in karlsruhe ein wegweisendes urteil hat das bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt wir müssen die emissionen jetzt so weit runterfahren über verlässliche definierte pfade um bis 2030 die emissionen weit zu senken vor zwei tagen ist eine nachfolgeklage eingerichtet eingereicht worden von individuen die jetzt aufgrund des neuen ipc noch mal nachlegen wollen ich sage ihnen eine flutwelle von von klagen voraus die kommen werden das muss auch passieren zum thema energie möchte ich nicht viel sagen da sind heute noch viele redner dabei die genau wissen oder mehr wissen sogar als ich über dieses thema ganz klar der energiesektor ist für uns wichtig wir wissen was da machbar ist wir haben tatsächlich alles in der hand jetzt zum abschluss möchte ich aber mal wegkommen von diesen harten zahlen und fakten und einfach auf etwas hinweisen was mit uns selber zu tun hat und wie wir mit dieser problematik in der zukunft umgehen werden wir wissen dass wir alles haben technologien die finanziellen mitteln alles ist da kein zweifel aber für mich ist klar dass wir diese klimakrise und den kampf dagegen unseren köpfen gewinnen oder verlieren was meine ich damit ich habe mir mal die mühe gemacht in diesen 24 jahren außerhalb über den tellerrand zu gucken und zu gucken was was machen denn leute außerhalb unserer klimablase wie denken die über die krisen nach und da bin ich über diesen guten mann gestolpert hier roger willimsen hat ein wunderbares buch geschrieben wer wir waren und ich möchte ihnen jetzt mal ich gebe mal 30 sekunden ruhe lesen sie sich bitte mal einfach die zitate durch die in diesem buch zu finden sind er schrieb dieses buch 2015 vor der pariser klimaschutzkonferenz und hat ganz klar beschrieben wie der stand der dinge auch schon damals war es geht wirklich darum dass wir ganz anders ins handeln kommen oder anderes denken auch an den tag legen und es sind einige faktoren die auch in dem buch immer wieder auftauchen und das hat zu tun mit wahrheit das hat zu tun mit realität und wir wissen alle was gerade in den letzten jahren unter trump was passiert ist mit dem wahrheitsgedanken und wie wir immer weiter das verloren haben wir sind auch in unserer gesellschaft typischerweise alle unterwegs in kleinen blasen diese bubbles hier ich nenne das eine alleinschaft wir haben wenig relativ wenig kontakte wir agieren wenig zusammen wir brauchen aber dringend diese gemeinschaft um noch mal gegensteuern zu können und für mich aus diesen kleinen exkursen auch in die psychologie und die philosophie sind für mich zwei zwei pakete rausgekommen zwei trifectes trifecte des verstehens und dann noch einen des handels bei dem verstehen geht es darum die realität wie sie nun mal ist wie ich sie heute präsentiert habe wirklich zu akzeptieren das muss unsere handlungs- und denkgrundlage werden es geht darum verantwortung zu übernehmen aber bitte man übernimmt das für sich selber aber nicht um alleine zu handeln sondern tatsächlich dann gemeinschaften zu formen und auf der rechten seite habe ich doch mal aufgezeigt es gibt da leider psychologische kopffallen in die wir immer wieder reinfallen wir haben einen natürlichen drang wir haben eine eine shifting baseline syndrom jede generation wenn sie aufwächst nimmt das was um sie herum ist als die normalität war so muss es sein so ist es gut das wollen wir nicht verändern das ist ein riesen problem für uns das white knight syndrom wir sind es auch gewohnt in dieser stabilen gesellschaft der letzten 60 70 jahre dass wir uns immer auf irgendjemand verlassen konnten der für uns alles regelt das ist auch immer immer weniger der fall und wir haben das problem der selbstoptimierung in einer gesellschaft wo in der individualismus immer wieder als das höchste tollste beschrieben wurde schauen wir sehr sehr oft auf uns und das gemeinschaftliche so ein bisschen hinten runter gefallen und abschließend der defektor des handelns der status und trend des klimasystems den auf dem bildschirm zu haben den zu artikulieren und rauszubringen ist ist unersetzlich das müssen wir machen wir müssen über anpassungen nachdenken weil vieles passiert ja heute schon und wir müssen unbedingt gleichzeitig die verminderung der emissionen und den aufbau und erhalt der ökosysteme zusammen parallel denken auch hier wieder stehen uns sachen im weg single action bias wir sind alle so gepolt dass wir das was wir sowieso gerne machen und schon können auch gerne beisteuern dann leisten wir diesen einen beitrag denken aber wunderbar ich habe alles gemacht ich habe meinen teil zur bewältigung der klimakrise getan das ist nicht der fall das ist wirklich nicht der fall und diese dinge müssen jetzt immer wieder bewusst machen abschließend noch zusammenfassend wir brauchen dringend diese neue allianzen und netzwerke die auch heute hier wieder gefördert werden sollen wir brauchen unbedingt dieses gemeinschaftliche denken und handeln wir müssen wirklich gestalter werden anstatt nur verwalter diese vision des möglichen die muss definiert und immer wieder beschrieben werden und das gute ist wir haben alles was wir brauchen es ist alles tatsächlich da es kommt nur darauf an auf diesen verantwortungsfaktor und ans war heißt verantwortung daher haben wir unseren namen auch gewählt für die für die betrieb ich würde gerne heute sehen dass wir heute das erste kapitel schreiben zusammen einer neuen zukunftsrede eine zukunftsrede wurde nicht steht darauf steht wer wir waren sondern wer wir sind vielen dank fürs zuhören gut gut ja ja ich ja 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 ja